Hallo zusammen, willkommen in meiner Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Heimcomputer. Ihr seht hier ein Commodore 16. Der Commodore 16 ist der Nachfolger des VC20. Optisch ähnelt der Commodore 16 dem VC20 sowie dem C64. Aus diesem Grund nannte man diese Computer auch gerne Brotkastencomputer. In dieser Zeit sind die Preise für die Heimcomputer deutlich gefallen. Konkurrenten wie zum Beispiel Texas Instruments oder Atari stellten Geräte zu einem attraktiven Preis her. Gerade der Atari 600XL ist bestimmt dem einen oder anderen noch ein Begriff. Der Commodore 16 sollte das untere Preissegment bedienen. Der sehr erfolgreiche C64 war für dieses Preissegment einfach zu teuer. Technisch war er aber dem Commodore 16 überlegen. Ab 1985 wurde dieser Computer verkauft. Leider hat die Zeit den Commodore 16 schneller überholt, wie man es gedacht hat. Selbst für das Einstiegssegment war die Ausstattung einfach nicht ausreichend. 64 KB RAM wurde bei den Einstiegsgeräten als selbstverständlich angesehen. Dies bot der Commodore 16 nicht. Er hat im Auslieferzustand nur 16 KB RAM und der Basic standen ca. 12 KB zur Verfügung. Diese Werte kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab auch einen Joystick-Port. Allerdings musste der Joystick über eine Mini-DIN-Buchse angeschlossen werden. Dies war damals unüblich. Von Commodore gab es nur einen Joystick für diesen Anschluss. Später konnte man Adapterkabel erwerben. Mit diesem Kabel konnte man einen handelsüblichen Joystick mit einer D-Substiftleiste anschließen. Kleiner Fun-Fact. Dieser Computer war der allererste Computer, den man bei Aldi kaufen konnte. Mit Zubehör wie einer Datasette wurde er für 149 DM verkauft. Das war schon günstig. Allerdings war dies nur eine Abverkaufsaktion. Was auch nicht so verbreitet ist bei dem Commodore 16, dass es hier ein erstes Easter Egg gab. Ich glaube damals hat man das bestimmt noch nicht Easter Egg genannt. Nachdem man den Befehl Sys 52650 eingibt, werden die Namen der Entwickler eingeblendet. Der Commodore 16 basiert auf dem 8-Bit MOS 7501 oder MOS 8501 CPU. Beide CPUs waren trotz unterschiedlicher Bezeichnung identisch. Ich hoffe dieses kleine Video hat euch wieder gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. All meine Heimcomputer-Videos habe ich in einer separaten Playlist zusammengefasst. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Video.